So, ich hab nicht gelästert, nein. Was passiert während ich weg war? Ich hab ein paar Mobs gekillt, hab Pfeile getroppt, bin nicht gestorben und hab jetzt ein bisschen Cobblestone gefarmt. Hast du Knochen-Dings bekommen? Leider nein. Oh. Ach, die Farben gerade noch ein bisschen Cobblestone, damit ich dir die Spawn-Area ein bisschen vergrößern kann. Und ja. Ich fühle mich ungeschäftigt. Ich kenn das Problem. Halt ich ungefähr die letzten 30 Minuten, falls wir schon 30 Minuten aufnehmen, ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich verliere mal das Zeitgefühl, wenn ich mein Kraft spiele. Äh, wir können aber uns eine Spawn, ein Spawning-Ground bauen. Ja, das wollte ich ja gerade machen, da baue ich da einfach erstmal schon mal das Plateau hin. Ach, ich dachte, du meinst die Insel erweitern wieder. Ne, 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 ich baue da einfach da hinten, äh, ich fahre mir jetzt einfach ganz viel Cobblestone, das bringe ich dann einfach zu dir rüber, dann kannst du die, äh, Spawn-Etage da bauen. Vielleicht hätte ich mir meine Spitzhacke mitnehmen sollen. Das wäre gar nicht so blöd gewesen. Oh, ich nehme mal die Kiste hier mit. Kiste! Hihi, Kistenwitze. Hä, was geht's denn, Pfeile? Hihi, Kistenwitze. Abonniere, Fabon, rennen wir noch zu dir. Bleib steh, bleib steh, bleib steh, bleib stehen. Ja, nimm Kiste mit. Rätsel ihn. Und hier ist die Spitzhacke. Yay. Äh, nach so, äh, Kistenwitze, Logik, äh, zielen die Kistenwitze nicht auf Holzkiste Let's Play ab, sondern auf Kiste von Holzkiste Let's Play. Egal, Holzkiste ist voll gut. Haken mich nicht, wieso. Es ist einfach so. Ey, ich hab die ganze Zeit hier komische Flatterungsfackelviecher. Machen die das da hinten schon wieder irgendwie? Was? So Flatterungsfackelviecher sehe ich die ganze Zeit hin und her schweben. Was? Was zum Teufel redest du? Meine lieben Zuschauer haben das bestimmt gerade auch schon gesehen. Lass es mich. Egal, vergiss es. Das will ich dann aber sehen. Genau, im Video nachher. Ja, im Nachricht, ja nachher vor allem, wenn's hochgelöst wird. Ich schwel, ich mix nämlich extra durch dieses Video durch, weil ich das sehen will. Ja, ich hasse meine eigene Stimme nämlich. Aber wirklich. Ja, ich hasse meine Stimme. Ich muss meine Stimme auch jeden Tag anhören. Vor allem, weil ich mich ja auch selber beim Reden höre. Das ist ja auch echt. Ja, deine Stimme geht ja noch. Ich kann meine Stimme echt nicht ausstehen. Das ist unglaublich. Okay, dann sollst du entweder an dir arbeiten, weil sonst ist es dein Leben nicht wert. Ich muss mir ja normalerweise selbst nicht zuhören. Das muss ich nur in Let's Plays. Was hast du mit unserem Ofen eingestellt? Den hab ich abgebaut, den werd ich hier unten hinbauen. Ist chilliger. Okay. Weil ich wollte so Doppeltruhen mäßig, so Doppelholzkiste. Ich bin so lustig, ne? Ja, voll. Oh, ich hab jetzt... Voll. 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 Total. Obwohl, das ist hier irgendwie scheiße. Ich hab grad Bock, ein Steinhaus zu bauen, aber wir haben nicht genug Cobblestone. Hm. Drei. Nein, hab ich nicht. Bitte? Brei? Ich hab... Nee. Du hast ein Brei. Okay. Drei Steine. Ja, das bringt mir auch nicht viel. Jetzt sind's vier. Yeah. Eichenholzbretter. Oh. Dann brauch ich jetzt einfach mal ein... Schon mal ein kleines Häuschen hier in der Nähe, oder? Ist hier... Ist so ein Holzhaus? Oder ein... Dings? Holz haben wir ja auch unendlich, theoretisch. Ja. Holz, äh... Ding... Na, Cobblestones, Holz, und... Was war das dritte? Schnee. Schnee? Schnee. Wir sind in einem Schneebio. Wir können uns hier theoretisch unendlich Schneeblöcke farmen, wenn wir geduldig genug sind. Aber da muss es ja erstmal regnen. Schneien. Ja, regnen, because of the sun is snowing. Dann reden! Ha, 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 ha. Tcholololololololololololololololol. So viel eher? 11111111. 1111111. Jetzt auf dem. Muss da einmal sein. So. Boah, das wird so lautar. beam. Hatte wieder Hunger. Beam. Eigentlich ist es gegen die Regeln, dass man runterspringt, wenn... wegen Hunger aufhören und so. Ja, wir haben ja auch schon gecheatet, also... Das sagt einfach mal gar nichts. Richtig. So, wir haben schon mal einen Wallblock. Warte mal, ich... Ich tu mal die Kiste schon mal unten hin, ne? Die Holzkiste. Hahaha, Kistenwitze. Hahaha. Ich glaub, die werden uns hassen für das, was wir jetzt grad hier... Du bist ein Schwein aufgesammelt! Hm? Du Schweinehund! Was denn? Was denn? Was hab ich getan? Ach ja, übrigens, wir müssen uns irgendwann mal Zäune craften. Ähm, eigentlich nicht, weil es in den Challenges steht, obwohl es auch in den Challenges steht, aber vor allem, weil ich Zauni haben will. Challenges? Challenges? Challenges. Challenges. Weil es in den Challenges steht. Weil es in den Challenges steht. Challenges. Können wir nicht einfach Aufgaben sagen? Ja, ich sag ja schon, Quests. Quests. Was? Rollenspielartig. Wir spielen hier Skyrim, Zelda Scrolls, 4, 5. Das, was ich bis jetzt richtig gespielt hab, war WoW. Und das spiel ich nicht mehr, weil ich's nicht mehr hab auf dem Computer. Ich hab Skyrim ins Spiel. Die Kiste hingeräumt! Äh, die hab ich in der Truhe, in der Hand. Sorry. Okay. Lezente Aggressionen. Ja, das ist immer so, wenn du mit mir Minecraft spielst. Deswegen frag ich mich auf, wie man Together mit mir aushalten kann. Ja, wo soll ich denn hinbauen, Mensch? Da! So. Kannst du dich bringen hier? Kiste, keine Ahnung, aber ich wollte an die Kiste. Ah, an die Holzkiste. So. Okay, dann haben wir hier schon mal so'n kleines Haus fertig, so, ne? Weißt du Bescheid. So. Damit haben wir die Quest. Ein Haus bauen auch fertig? Natürlich. Die Quest. Ey, das hört sich so komisch an, so. Von wegen Farme 20 Fleischwolfschwänze oder so. Ich hab keine Ahnung. Fleischwolfschwänze. Ja, es gibt bestimmt in irgendeinem RPG einen Fleischwolf. Ja, wo denkst du denn jetzt schon wieder dran? Nicht sein Glied. Sein Schwanz. Sein buschigen Schwanz. Mensch. Ach komm, ich bin hier mit dir in deinem Team. Wenn ich nicht zweideutig denke, dann bin ich nicht wirklich mit dir in deinem Team. Du färbst ab. Ja. Was ich färb ab? Was? Deine Zweideutigkeit. Achso. So. Ich will den Obster-Spawn ausbauen. Warte. Ja. Da. 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 Und? Warte, hier hast du noch? Da hinten. So. Irgendwann spielen wir hier so, äh, pingpong. Pingpong, ja. Mit Cobblestone. Wiii. Einfach. Queh gedrückt halten, äh, so die Quehtaste spammen. Ja. Und dann endlich das Ding zu werfen. Gott. Machen wir gleich, machen wir gleich. Jaaaa. Machen wir eine Pingpong-Station, das ist auch mal ne ganz coole Idee. Ja. Das glaubst du mache ich hier gerade, das ist ein, das ist kein Monster Spawn, das ist ein Pingpong-Feld. Jaaaa. Jaaaa. So was ähnliches gibt Minecraft-Bug, Basketball. Minecraft-Basketball. Minecraft-Basketball kenne ich selber, es gibt ja auch Bowling und da kenne ich eigentlich auch schon so ein paar Maps, die ich auch selber als Let's Play, gesehen. So. Hast du grad Adventure Map gesagt? Äh. Ich hab dir nicht zugehört, beziehungsweise wir haben gleichzeitig geredet, ich hab dich nicht verstanden. Ja, das tun wir eigentlich schon die ganze Zeit, ne? Ja. Wir sind ein schlechtes Team, wir sind die ganze Zeit nur am Reden. Richtig. Jeder am anderen vorbei. Wir haben ja selten, bist du jetzt eigentlich auch zusammengezockt, außer Chaos hilft die Pony einmal ganz kurz. Da haben wir auch nicht zusammengezockt, da haben wir nur miteinander geredet. Stimmt. Und dieses komische Hunger Games Event, was total in die Hose gegangen ist, naja, davon wollen wir jetzt mal nicht reden. Äh, Blue? Ja? Hast du den ganzen Inhalt von der Kiste jetzt im Inventar? Äh, ja. Ich hab dich das da rein, bitte. Ach Gott. Ja, mit mir kann man nicht spielen. Sag, alles was du nicht brauchst, in die Kiste rein? Nö, hast du nicht gesagt. Doch, das hab ich gesagt. Nein. Doch, das hab ich gesagt. Niemals. Doch. Nein. Doch. Nein. Schon ein Portal bauen? Warte, 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 warte. Ah. Ja. Ich sammle sie nicht auf. So. Ich renne einfach nur durch. Wieso wachsen die scheiß Bäume nicht? Weil sie nicht wollen. Sie sind scheiße. So, der eine, ich glaub, der dürfte zu nah an der Wand stehen. Oh. Jetzt wird's... Oh. Jetzt wird's schon wieder... Haben wir eigentlich noch Baumstämme? Äh, nö. Deshalb will ich ja, will ich ja, dass hier so scheiße wächst, ne? Verstehst du? Scheiße. Baumstämme könnten wir zu Kohle machen und aus Kohle machen wir dann Fackeln und so. Fackeln und so? Fackeln und so, ja. Wär eine Möglichkeit. Das, wie glaubst du, bin ich an die vier Fackeln gekommen, die wir haben. Boah, du bist so schlau. Ja, ich hab ja schon mal Skyblock gespielt. Geil. Will ich dir noch mal ein Haus zeigen. Das wird dir gefallen. So ein dreistöckiges Riesen-Miss-Ding mit... Da hab ich doch mal draufgezockt mit dir, glaub ich, oder? Ja. Mal ganz kurz. War das das? Ich dachte, da waren nur Kisse und Alex drauf. Ne, da war ich, glaub ich, auch mal ganz kurz drauf. Da hab ich dir den Monsterspawner aus Versehen kaputt gemacht und... Ja. Da haben wir ja alle alles kaputt gemacht. Richtig. Ähm... Auf meiner Singleplayer-Welt warst du nicht mehr, oder? Ne? Keine Ahnung. Welten, die ich halt so herumliegen hatte, auf den Server gezogen. Ne? Ja, ansonsten hab ich das eh wieder vergessen, auf was für eine Welt ich gespielt hab. Ah ja, aufpassen, jetzt können gleich Monster spawnen. Ist mir egal! Hol, hol ganz viel Bone-Mehl, bitte. Und dann schon Monster, hier ist ein Creeper, ich laufe. Ich kann nicht mehr sprinten, scheiße. Sprinten? Sprinten. Wow, fuck. Sprinten. Ich wollt grad springen, auf einmal BÄM kam dieser, dieser... Baum. Warte, ich muss kurz hier, äh... Ah, guck mal, der, der Elfeinhalbjährige muss ins Bett. Oh fuck, jetzt hab ich Caps Lock angehabt. So. Na, ich boke aber nicht. Ich auch nicht, ja, wir müssen ja gleichzeitig spielen. Wir müssen dann eh noch abklären, wann und wie wir das alle gleichzeitig hochladen. Aber ich denk mal, ich hab ne andere Hochladenzeit als Kiste, weil die laden das ja immer ihre Parts um 20 Uhr hoch. So. Ich lad meine sowieso immer dann hoch, wenn ich Lust dazu hab. Eigentlich hätte heute auch ein Video kommen sollen, aber ist nicht, weil ich zu faul war, es hochzuladen. Genau. Ernsthaft, das liegt bei mir seit no Woche um. Nee, ich hab ja immer schon feste Upload-Zeiten. Nee, ich hab, äh, ich lasse es eigentlich alle zwei Tage wieder. Na. Na, mein Apfel. 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 Apfelkisten L.P. Ja. Ja, dann sollen die. Schnall krieg, Apfelkisten. Sarg on, wenn Aufnahme zu Ende und so. Ja, mein Ding ist da. Alter Vater, sind da viele Mops. Oh, WTF! Ich will da hin, ich will da hin, ich will da hin. Ich will ein Schwert haben. Gib mir ein Schwert. So, ich hab da übrigens wieder Holz reingetan und außerdem äh, Staplings haben wir ja noch. So, ich will mich jetzt umbringen gehen. Yay! Stimmt! Boah, geh nicht explodieren, nicht explodieren. Boah, fuck, 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 fuck. Blue! Oh, auf den Enderman anzustarren. Ah, der Enderman kommt jetzt gerade. Ah, ich kann nichts dafür. Ich würde mal sagen, wenn ihr die Enderman-Action, dann macht ihr gar nichts mehr. Ich wollte jetzt gerade sagen, so ewig ein Moment, so von wegen, ja, das seht ihr dann in der nächsten Folge, aber jetzt, ähm, ja, passiert irgendwie nichts. Okay, die Jungs von, äh, Holzkiste-AP haben sich schon verabschiedet. Und, Oh, fuck, jetzt kommt der. Nein, ich will den verfickt noch mal kaputt machen. Teleportiert. Oh, guck mal, ich kann sehen, was die gebaut haben. Ähm, mach, teleportier mich mal bitte zu dir. Alter Vater, die sind so fortgeschrittene. Das sind ja auch Tech-in-Spieler. Oh, wie der. Ah. Jetzt teleportier mich zu dir. Ah, der ist so witzig. Ah, TP, Blue. Dein Name immer zu schreiben. Ah, sieh. Lehn. Schau auf keinen Fall den Enderman an, der hat den Sandblock noch in der Hand. Den muss er zuerst hinsetzen. Lebt mein Schwert noch? Ach, scheiß drauf. Ich greife ihn jetzt einfach an. Achso, er ist tot. Sehr gut. Ja, okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall leider, leider, jetzt erstmal Schluss machen für diese Aufnahme, weil, ähm, wenn wir jetzt weiterzocken, wäre das unfair für die beiden Jungs da hinten. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall mal sagen, wenn euch das Projekt gefällt, wir sind ja wahrscheinlich schon in der Folge 5 oder 6, wir werden uns auf jeden Fall ziemlich freuen und lasst es auf jeden Fall mich wissen und so. Und, ähm, ja, wie gesagt, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme wieder. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Minecraft, Skyblock und so weiter. Mach's auch noch, tschüss. Ciao.